So fährt er auch und das Ding qualmt wie Sau. Egal. Der zehnte Tag Motorcycle Tennenfall 2014. Wir sind in Golden, Colorado angekommen. Wir haben die wunderschönste Landschaftstour gehabt heute, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir sind durch Scenic Parks gefahren mit Felsen, mit roten Felsen und was weiß ich was alles eigentlich. Scheißegal, es war wunderbar. Wir haben uns zweimal verfahren, 25 Meilen zu viel gefahren. Jetzt war mir ganz knapp davor, es haben 10 Minuten gefehlt, da wäre unsere Zeit abgelaufen. Ich bin mit über 50 Meilen mit meinem Dreckseimer, nein, mit meiner schönen Sweet Little Sixteen gefahren. Warte, ich muss jetzt erst mal mal küssen. Und wir haben 10 Minuten bevor das Zeitfenster zu war, haben wir es noch geschafft. Andi Fullscoring, 10 Tage Fullscoring, die deutschen Crowds sind ganz weit vorne.